hey leute was geht ab hallo und herzlich willkommen zu petrovich let's plays und heute spielen wir weiter mit max und wir sind gerade hier mittendrin in diesem rennen ich habe schon ein paar feste nicht kaputt gemacht ich weiß nicht ob das richtig ist oder muss ich nur als erster kommen alter und drehen mich drehen was für ein rennen ich komme nicht durch egal habe ich mir schon gedacht erneut versuchen habe ich mir schon gedacht dass ich beim ersten mal nicht schaffe naja kann passieren ist nicht so schlimm kann man noch mal machen komm schon lade schneller wie ich diese lade bildchen immer hasse warum ladet es immer so lange egal welches spiel machst du dran immer so lange laden nein das kann doch nicht wahr sein ich habe verkackt wieder verkackt alter wo ist diese strecke das kann doch nicht wahr sein wo fahren die das gibt doch gar nichts so ich mache felsche kaputt zack so ein bisschen gas geben nicht so viel gas sonst fliege ich nochmal wieder raus so ein bisschen hey die fässer stehen neu ich dachte die sind schon durchgefahren hier warum dreht die so ein bisschen alter was ist das für ein rennen schaffe ich nicht sind zu weit ein bisschen konzentrieren au weей eh schon e ich habe keine ahnung wohin ich habe keine ahnung wohin ich habe ja toll, perfekt, perfekt jawohl, perfekt, sehr gut, erneut versuchen, man, 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 ich mag diese Rennen nicht, warum muss ich Rennen fahren, bin ich ein Rennenfahrer? ich will kämpfen, und nicht rein fahren hab ich immer so lange warten ja, schmeiß mich direkt raus ey, ich lenke nach rechts, fährt sie nicht was ist los mit diesem Auto? ich erkenne sie nicht geh weg von mir so, jetzt reicht mir geh weg so was für einer so machen, machen nur Loser, ey, die, die verlieren wollen Alter, mein Auto explodiert ich hab keine Wörter, ohne Witz, wieso, was warum so viele Schaden habe ich das, habe ich mitbekommen von Fäße explodieren im Fäße, oder was das kann auch nicht wahr sein, ey das ist unglaublich, ohne Witz ey, grad noch so geschafft, und trotzdem, mein Auto ist am Arsch was ist das für ein Witz ciao kakao, ey komm schon ey, Leute, tut mir leid, wenn ich geschimpft habe aber das ist nicht normal, ey zum wievielten Mal mache ich das und jedes Mal passiert irgendwas ich versuche ganz normal durchzufahren so, ich konzentriere mich so, ich konzentriere mich dann dreht sie sich ob diese Fahrbahn, ob diese Straße so mit glatteis ist schon wieder ich hab nur leichter auf die Bremsen gedrückt und schon dreht sie sich, ob da Eis ist genau dann, wenn ich durchfalle irgendwas explodiert alles geht kaputt ja, ist klar ich hab keine Wörter, ey ohne Witz ich weiß nicht, was ich sagen soll das ist nicht normal, ey schaffe ich wieder nicht Alter ich krieg mich sowas von ab ich bin gerade voll auf 180 ey warum drei Leute da? ey, das war nur ich versuche nochmal ich muss es schaffen sonst komm ich nicht durch, ey das ist richtig scheiße tut mir leid, wenn ich so viel belädige aber das ist das macht mich aggressiv, ey und schon habe ich keine Lust mehr zu zocken, ey ich hasse das wenn das nicht direkt beim ersten Mal klappt ich hasse es ja jawohl perfekt Stein warum nicht? ciao Kakao warum warum bin ich ich verstehe das nicht ey fast kaputt gemacht warum dreht sie sich ey alter das fachs nicht ab ich drück ganz leicht nach rechts ja man fährt sie nicht man fährt sie ich verstehe das nicht, ey ja ja jawohl perfekt jawohl perfekt jawohl perfekt jawohl doch wie ich hab glaube du du Perfekt! Ohne Wüte perfekt! Ja, noch kein Pass erwischt! Jawohl! Ich werde den eine Sekunde ein werden. Wasp! 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 Wasp... Vielen Dank.